Wir haben uns für Bumas Maulkörbe entschieden, weil sie von der Optik und vom Styling individuell sind und die Gestaltung uns eigentlich freigestellt ist, wir in der Farbauswahl mitreden können und jeder Bumas eigentlich ein Unikat ist. Und für mich gehören Maulkörbe einfach dazu, zur Grundausstattung, Leine und Halsband. Und ganz einfach der Maulkorb auch im alltäglichen Leben immer wieder wichtig ist, sei es in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Tiergärten, beim Tierarzt. Es gibt immer wieder Situationen, wo man einfach den Hund auch damit schützt.